Ich darf Sie herzlich begrüßen zur heutigen Stadtverordnetenversammlung, zu der wir sehr, sehr viele Präsenzzuschauer haben, das freut mich besonders. Guten Abend auch den Zuschauern, Zuhörern, Zuhörerinnen. Ich darf feststellen, dass wir rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen haben, dass wir beschlussfähig sind und eröffne die Sitzung. Aber bevor wir in die Tagesordnung einsteigen, haben wir noch verschiedene Dinge. Als erstes möchte ich darauf hinweisen, dass dieses jahreszeitliche Accessoire, sagen wir mal, das stammt aus der Justizvollzugsanstalt und ich bedanke mich sehr herzlich, dass ich das hier aufstellen darf. Dann wurden mir zwei Dringlichkeitsanträge angekündigt in der Reihenfolge des Eingangs. Erstmal vom Herrn Bürgermeister. Ich bitte um Vortrag des Antrags. Guten Abend. Ich habe Ihnen heute auf den Tisch gelegt und im Laufe des Nachmittags auch versenden lassen eine Vorlage, die sich mit der Höhe der Gebühren für die Leerung von Fäkaliengruben auseinandersetzt. Dort sehen wir für das laufende Jahr eine unverhältnismäßig hohe Belastung derjenigen, die über eine solche Grube verfügen. Die Gebührenberechnung hat ergeben, dass die Kosten bei annähernd 55 Euro liegen sollten. Derzeit haben wir eine Gebührenordnung, die sich im Bereich von 200 Euro den Kubikmeter bewegt. Um hier zu einer fairen Gebührenverteilung zu kommen, schlage ich vor und rege an, dass wir heute eine Änderungssatzung zur Gebührensatzung beschließen, die rückwirkt zum 01.01.2023 und die dann auch schon wieder ausläuft am 31.12.2023. Denn ab dem 01.01.2024 haben wir dann eine vollständig neue Gebührensatzung für den Eigenbetrieb. Und die Dringlichkeit ergibt sich daraus, dass man das halt noch dieses Jahr beschließen muss, sonst geht es nicht. Habe ich das richtig wiedergegeben? Wir müssen die Rechnung bis zum Jahresende geschrieben haben. Insofern braucht man eine dringende Entscheidung. So, dann darf ich fragen, wer der Aufnahme dieses Punktes wegen der Dringlichkeit auf die Tagesordnung zustimmt. Das scheint mir einstimmig zu sein. Vielen Dank. Dann nehmen wir das auf Punkt 7 der Tagesordnung. Und dann legt mir noch einen Dringlichkeitsantrag vor von der Kooperation aus CDU, UWD und FDP. Und Herr Koch darf die Dringlichkeit begründen. Ja, schönen guten Abend zusammen. Der Dringlichkeitsantrag der Kooperation aus CDU, UWD und FDP bezieht sich auf die Kita Wolkenschloss. Der Bürgermeister hat uns vor kurzem schriftlich mitgeteilt, dass die dort laufenden Verhandlungen mit dem aktuellen Betreiber der Terminal for Kids GmbH abgebrochen worden sind. Und medial wurde ja auch einschlägig darüber berichtet. Der Dringlichkeitsantrag lautet wie folgt. Der Magistrat wird gebeten, erstens umgehend die Verhandlungen mit Terminal for Kids wieder aufzunehmen, mit dem Versuch doch noch eine Einigung über eine Vertragsverlängerung zu erzielen. Zweitens im Falle eines erneuten Scheiterns dieser Verhandlungen in Verhandlungen mit einem geeigneten alternativen Betreiber einzutreten und diese zu Ende zu führen. Sowie drittens der Stadtverordnetenversammlung zu ihrer Sitzung am 25. Januar 2024, spätestens am 18. Januar 2024 die Beschlussempfehlung über eine unterschriftsreife Vertragsverlängerung mit Terminal for Kids oder eben einen unterschriftsreifen neuen Betriebsvertrag mit einem alternativen Betreiber vorzulegen. Die Dringlichkeit dieses Antrags sei wie folgt begründet. Schnellstmöglich ist die Kontinuität in der Kinderbetreuung für die betroffenen Familien sicherzustellen ab dem Zeitfenster August 2024, damit die Eltern entsprechende Planungssicherheit haben. Wir werben um Zustimmung. Vielen Dank. Gut, vielen Dank Herr Koch. Ich frage auch wir, wer der Aufnahme dieses Punktes auf die Tagesordnung zustimmt, dem mit jetzt als Handzeichen. Das scheint mir einstimmig zu sein. Gab es Gegenstimmen? Enthaltungen? Also einstimmig damit wird das der neue Punkt 9. Gut, dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 1. Mitteilungen. Herr Bürgermeister, bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen heute folgende Mitteilungen machen. Zur Sanierung unseres Freibades, die Absenkung des Grundwasserspiegels. Wir haben darüber berichtet. In der Sprunggrube ist es insoweit gelungen, als nun die Abbrucharbeiten fortgesetzt werden konnten. Es ist geplant, in den nächsten Tagen mit dem Betonarbeiten zu beginnen. Ziel ist es derzeit, das Bad gegen Ende Juni 2024 vollumfänglich in Betrieb zu nehmen. Ein Abstimmungstermin mit dem Planer Herrn Gruner ist für den morgigen Dienstag angesetzt. Hierbei erwarten wir insbesondere eine belastbare Aussage dazu, in welchem Umfang und zu welchem Termin eine Teilöffnung möglich sein wird. Zum Betriebshof. In Anbetracht der sich abzeichnenden finanziellen Lage der Stadt hat der Magistrat die Verwaltung mit einer Untersuchung dazu beauftragt, inwiefern eine Sanierung des Bestandsgebäudes mit einem Aufwand von höchstens 5 Millionen Euro möglich ist. Hierzu wird es auch eine Begehung der inzwischen von der Firma ADP Engineering, das ist Rotwild, genutzten ehemaligen Depots der sogenannten Frankhalle des Museums kommen. Das alte Gebäude wurde von Rotwild erst vor rund zwei Jahren grundlegend saniert und wir erhoffen uns, dort das eine oder andere abschauen zu können. Barrierefreiheit im Südwestringen, ein Thema, das uns schon längere Zeit begleitet. In der letzten Woche ging der Verwaltung die seit längerem beauftragte Planung von barrierefreien Zugängen zu den Reihenhäusern im Südwestringen zu. Diese wird nun geprüft und anschließend dem Magistrat und der Stadtverortenversammlung zur Beratung vorgelegt. Die kommunale Wärmeplanung, auch darüber habe ich berichtet, wie in der letzten Sitzung gesagt, hatte die Verwaltung im November einen Förderantrag bei der Bundesregierung gestellt auf Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung. Aufgrund der bekannten Haushaltssituation des Bundes wird dieser Antrag ebenso wie der Antrag auf Förderung der Fahrradboxen am Bahnhof derzeit nicht bearbeitet. Zur Situation der Geflüchteten in Dieburg gibt es einen neuen Sachstand. Am letzten Mittwoch hat die Belegung der Unterkunft in der Fabrikstraße mit zunächst 50 Personen begonnen. Bei diesen Personen handelt es zum einen um bisherige Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Funkstadt und zum anderen um neu über das Regierungspräsidium zugewiesene Geflüchtete. Der Landkreis hat darüber hinaus ein weiteres privates Wohnhaus angemietet, in welchem geflüchtete Personen aus der Ukraine untergebracht werden. Zum Rochus-Areal, wie der Presse zu entnehmen war, hat das Klinikum Darmstadt angekündigt, neben dem Marienhospital selbst auch Teilflächen des Rochusareals am Markt zum Kauf anzubieten. Die Verwaltung hat die angefertigten Exposés angefordert und eingesehen, um prüfen zu können, inwiefern ein Erwerb für uns sinnvoll und vor allen Dingen machbar ist. Es ist davon auszugehen, dass bis zur nächsten Sitzung der Stadtverortenversammlung neue Erkenntnisse und eine Empfehlung des Magistrats vorliegen werden. Ziel sollte es nach unserer Auffassung nach wie vor sein, dass das von der Stadtverortenversammlung einstimmig beschlossene Konzept in seinen Grundzügen umgesetzt wird. Soviel zu den Mitteilungen kurz vor Weihnachten. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Gibt es Fragen an den Herrn Bürgermeister? Herr Exner, bitte. Guten Abend, sehr geehrter Stadtverordnetenversteher, sehr geehrte Damen und Herren. Es geht zum Rochus-Punkt, den Sie gerade eben angesprochen haben, Herr Bürgermeister. In den Mitteilungen haben wir gerade erfahren, dass jetzt ein Exposé der Stadt Dieburg zur Verfügung gestellt wird. Wir hatten unlängst ja Ihnen den Auftrag erteilt, dass Sie mit der Stadt Darmstadt in Kontakt treten und entsprechend das Kaufinteresse bzw. die Rahmenbedingungen abklären sollten, inwieweit wir dieses Filetstück in Dieburg für Dieburg oder für uns als Stadt erwerben können. Sie hatten in der letzten HFA-Sitzung erwähnt, dass es einen Kontakt gab. Wir haben jetzt auch mal ein bisschen die Ohren geöffnet. Es gab wohl ein kurzes Telefonat mit Darmstadt. Das war das, wo sich es darauf beschränkt hat. Kurzer Nachfrage an der Stelle. Welcher Inhalt war denn Bestandteil des Gesprächs und warum müssen wir jetzt im Prinzip wie ein, ich sage es jetzt mal, ein einfacher Bieter ein Exposé anfordern und stehen nicht im direkten Kontakt mit der Stadt Darmstadt, um die Modalitäten abzuklären? Zum ersten Teil der Frage Inhalt des Gesprächs, das in der Tat nicht sonderlich lang gewesen ist, weil es auch nicht erforderlich war, war die Wiederholung der Kaufpreisforderung durch die Geschäftsführung des Klinikums. Kaufpreis mindestens 5 Millionen Euro. In dem Telefonat habe ich unser grundsätzliches Interesse zum Erwerb signalisiert und die Rückmeldung war dazu, dass man den Markt sondiere und potenzielle Kaufinteressenten kontaktiere und dann am Schluss meistbietend verkaufen werde. Damit ist im Grunde auch der zweite Teil der Frage beantwortet, weshalb die Stadt Diburg sich wie ein normaler Bieter verhalten muss, weil es die Auffassung der Stadt Darmstadt respektive des Klinikums ist, zum Bestpreis zu verkaufen. Die drei Exposés, die uns vorliegen, schließen das Dialysezentrum, das Ärztehaus an der Steinstraße und den Parkplatz im Bereich des Leißbühls ein und formulieren eine Mindestkaufpreiserwartung von etwa 4,4 Millionen Euro für diese drei Objekte. Da kann sich dann, glaube ich, jeder seine eigene Meinung bilden, ob diese Immobilien tatsächlich diesen Kaufpreis wert sind. Gut, vielen Dank für diese Information. Wenn gleich wir uns natürlich entsprechende Vorlage gewünscht hätten und die Ergebnisse entsprechend dann hier im Parlament beraten hätten können und hätten dann entscheiden können, ob wir diesen Preis nutzen oder auch nicht. Das wäre sicherlich sinnvoll gewesen. Andere Frage, wir hatten im HFA ja das auch angesprochen, ich wiederhole es hier explizit nochmal, eine Veränderungssperre ist aktuell weiterhin nicht notwendig. Nicht, dass wir in Zukunft dann befürchten müssen, dass relativ zeitnah Grundstücke verkauft werden und am Ende dann wir vielleicht keinen Einfluss mehr haben. Eine Veränderungssperre ist durchaus sinnvoll. Die setzt voraus, dass eine klare städtebauliche Vorstellung der Stadt Dieburg existiert, wie man das Grundstück weiterentwickeln will. Ich unterstelle mal, dass es diese Vorstellung nach wie vor in den Grundzügen gibt. An der wird man dann an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch etwas schleifen müssen. Und aus dieser Idee, die etwas konkreter zu formulieren ist, dann auch eine Veränderungssperre herleiten können. Aber das sollte in aller Ruhe idealerweise in der Sitzung Pianua geschehen. Ja, auch meine Rückfrage bezieht sich auf das Rochos Areal und unser verfügbares städtebauliches Instrumentarium. Abseits der Veränderungssperre gibt es ja auch noch das Vorkaufsrecht. Und rein formal gesehen befinden wir uns ja hier noch, wenn ich das richtig sehe, in der Aufstellungsphase eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Es ist zwar richtig, dass der Investor öffentlich kundgetan hat, von seinem Projekt Abstand zu nehmen. Aber ich kann mich jedenfalls nicht entsinnen, dass wir bereits formal dieses Bebauungsplanverfahren gestoppt hätten. Und deswegen die Frage, gilt das Vorkaufsrecht aktuell fort, für den theoretischen Fall, dass Darmstadt an Dritte hier kurzfristig verkauft? Es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, woraus sich ein Vorkaufsrecht ergeben kann. Rechtsrechtlichen Anforderungen sind da sehr verschieden. Eine der von Ihnen angesprochenen Grundlagen ist das Bestehen eines Aufstellungsbeschlusses zu einem Bebauungsplan, der ein Vorkaufsrecht rechtfertigen kann, um die Ziele der Planung realisieren zu können. Eine zweite Grundlage, die wir tatsächlich haben, ist eine Vorkaufsrechtssatzung, die die Stadtverordnetenversammlung beschlossen hat, losgelöst vom Vorhandensein eines Bauleitplanverfahrens. Also wir haben da tatsächlich zwei Möglichkeiten, tätig zu werden. Vielen Dank, Herr Bürgermeister, für Ihre Mitteilung. Ich habe eine andere Angelegenheit, und zwar würde ich ganz gerne eine Anfrage stellen der Verwaltung. Wäre es denn möglich, uns Stadtparlamentarier eine Statistik der Kriminalfälle für 2023, also eine Kriminalstatistik vorzulegen? Die fordern oder fragen wir gerne beim Polizeipräsidium an. Ich gehe davon aus, dass uns die dann relativ zeitig im neuen Jahr vorgelegt werden kann. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, bitteschön, Frau Schnurr. Herr Haus, Sie haben gesagt, die Förderung auf kommunale Wärmeplanung wäre ausgesetzt, weil der Bund kein Geld hat. Was passiert jetzt mit der kommunalen Wärmeplanung? Nur weil es keine Förderung gibt, gibt es auch keine kommunale Wärmeplanung oder? Na ja, noch hat uns der Gesetzgeber ja dazu verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen, also werden wir das auch tun. Aber nach wie vor erwarten wir, dass seitens der Bundesregierung Mittel den Kommunen an die Hand gegeben werden, um das realisieren zu können. Ich hoffe, dass da die nächsten Wochen etwas mehr Klarheit bringen, wenn der Haushaltsbeschluss für 2024 dann da ist. Und wie lange schieben wir das auf? Zumindest mal, mindestens bis zum Beschluss bei dem Haushalt 2024 der Bundesrepublik. Okay. Und wenn ich das richtig sehe, auch bis zum Beschluss unseres Haushalts, denn vorher können wir das nicht beauftragen. Herr Stadtverordnungsstelle, verstehe ich das ganz genau, ja. Gibt es weitere Wortmeldungen oder Fragen? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. So, ich rufe dann auf den gerade angesprochenen Punkt. Haushaltswesen der Stadt Dieburg. Und der Herr Bürgermeister darf dazu auch gerne etwas sagen. Der Bürgermeister sagt an dieser Stelle nicht gerne etwas dazu. Denn das, was ich Ihnen mitzuteilen habe, ist eine äußerst unerfreuliche Nachricht. Denn entgegen der nach der HGO gebenen gesetzlichen Voraussetzungen und entgegen, und das wiegt besonders schwer, das Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, können wir heute in der letzten Sitzung des Jahres eben keinen Entwurf für einen Haushaltsplan für das kommende Jahr vorliegen. Wir sind frühzeitig in die Planung gestartet. Das bedeutet, im Mai diesen Jahres reichen die Abteilungen ihre Budgets ein. Wir sind bis heute nicht in der Lage gewesen, das in einer Haushaltssatzung so umzusetzen, dass diese in sich schlüssig und vor allem genehmigungsfähig ist. Ein wenig behindert durch die vorübergehende Bearbeitung eines Nachtragshaushalts für das laufende Jahr, nachdem die Gewerbesteuer ja so deutlich eingebrochen war. Aber das Arbeiten an dem Nachtragshaushalt ist dann auf meine Anweisung eingestellt worden, weil ich bemerkte, welche Kapazitäten das bindet. Und dieser Nachtragshaushalt auch bis zum Jahresende voraussichtlich nicht beschlossen worden wäre. Nun gilt die ganze Konzentration am neuen Haushaltsplan für das kommende Jahr, der uns vor Herausforderungen stellt, wie das vermutlich seit vielen Jahrzehnten in Dieburg nicht mehr der Fall gewesen ist. Wir rechnen mit einem Defizit, das wir in einer solchen Höhe bislang noch gar nicht kannten. Wesentliche Treiber hierfür sind nach wie vor ausbleibende Gewerbesteuereinnahmen, gepaart mit einem äußerst belastenden Abschluss, Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und insbesondere auch in dem Bereich der Kindertagesstätten erheblich gestiegenen Kosten. All das führt in der Summe dazu, dass wir große Mühe haben werden, im kommenden Jahr einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen, was heute schon sicher ist, dass es ein Haushaltssicherungskonzept brauchen wird, um überhaupt über die Hürde einer Genehmigung hinwegzukommen. Das ist leider eine ernüchternde Bilanz, die wir heute zu verkünden haben. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt etwas mehr Licht am Ende des Tunnels, allerdings insbesondere deswegen, weil die Zuweisungen des Landes, und das ist für Dieburg ja eine neue Situation, ansteigen werden aufgrund der schlechten Einnahmenlage im Bereich der Gewerbesteuer. Also Schlüsselzuweisungen werden wir im kommenden Jahr erstmals seit vielen Jahren erhalten und die werden dann in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter steigen. Das ist der Befund, den ich heute mitzuteilen habe und muss damit den Tagesordnungspunkt von meiner Seite aus beenden. Gut, wir bedauern das natürlich sehr, weil wir ja beschlossen hatten, dass der Haushalt noch in diesem Jahr eingebracht werden soll. Gut, was nicht ist, ist nicht, aber wir würden uns natürlich schon wünschen, dass das dann wenigstens nächstes Jahr funktioniert und bitten dann im Laufe des ersten Quartals um eine Stellungnahme, was in der Verwaltung geändert wird, damit der Haushalt dann wenigstens nächstes Jahr zum Jahresende eingebracht werden kann. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Punkt? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 3, Verleihung einer Ehrenbezeichnung. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass Herr Markus Rech sein Mandat niedergelegt hat. Herr Markus Rech war mehr als 22 Jahre für die Stadtverordnetenversammlung tätig oder in der Stadtverordnetenversammlung ehrenamtlich tätig. Daher gibt es den Vorschlag, ihm einen Ehrentitel, nämlich den Ehrentitel des Ehrenstadtverordneten zu verleihen. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich fragen, wer der Vorlage zustimmt. Das ist einstimmig. Vielen Dank. So, der Tagesordnungspunkt 4, Kita-Verpflegungsentgelte. In der ursprünglichen Tagesordnung stand hier noch Kita-Gebühren. Das ist deswegen von der Tagesordnung verschwunden, weil der Punkt noch im Hauptfinanzausschuss beraten wird. Jetzt also Kita-Verpflegungsentgelte. Da dieser Punkt noch nicht im Ausschuss beraten war und sicherlich auch der Beratung bedarf, schlägt das Präsidium vor, diesen Punkt im Hauptfinanzausschuss zu verweisen. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig. Vielen Dank. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5, Satzung und Gebührenordnung Unterbringung Obdachlose. Ihnen liegt der Satzungsentwurf ja vor. Dieser Satzungsentwurf sieht unter anderem vor, dass der Magistrat dazu eine Gebührenordnung erlässt. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem Herrn Heger vom HSGB zu diesem Punkt zu sprechen, der der Auffassung ist, dass diese Regelung dem Paragrafen 51 der HGO widerspricht. Daher schlage ich vor, dass wir diese Satzung in den Hauptfinanzausschuss verweisen, damit die Verwaltung das nochmal abschließend klären kann und falls nötig eine entsprechende Änderung vorliegt. Gibt es dazu noch Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich fragen, wer der Verweisung in den Ausschuss zustimmt. Das ist einstimmig. Vielen Dank. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 6, Bebauungsplan 104. Hier gibt es einen Antrag meinerseits, den ich im Namen des Präsidiums gestellt habe. Der lautet, das Vorhaben Aufstellung des Bebauungsplans 104 wird nicht weiterverfolgt und der entsprechende Ausschuss wird aufgelöst. Geht es da zur Wortmeldung? Ich sehe eine Wortmeldung von Herrn Oberhuber als Ausschussvorsitzender, eine Wortmeldung von Herrn Netzlaff. Herr Oberhuber, bitte. Bitte mit Mikrofon, ja. Kommen Sie doch gerade vor, Herr Oberhuber. Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nachdem der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 104 gefasst worden war, wurde am 23.09.2021 von der Stadtverordnetenversammlung eine Veränderungssperre zur Sicherung der Bauleitplanung des Bebauungsplanes beschlossen. Ich stelle den Antrag, die Veränderungssperre aufzuheben. Danke. Die Kosten kann ich Ihnen schätzungsweise nennen. Die wurden von Herrn Bürgermeister mit 250.000 Euro beziffert. Den Nutzen mag jeder selber beurteilen. Ich habe wiedergegeben, was die einhellige Meinung im Präsidium war. Wie auch immer, Herr Oberhuber hat sich gemeldet zu diesem Punkt. Nachdem ich als Ausschussvorsitzender angesprochen worden bin, möchte ich dazu sagen, dass, das war richtig, die letzte Sitzung war am 21.07.2022. Und ich bin zu der Meinung gekommen, dass dieser Ausschuss erst mal eine niedrige Priorität hat. Wir haben wichtigere Dinge hier zu erledigen, als diesen Bebauungsplan weiter uns damit zu befassen. Im Moment, ich aus meiner Sicht, hätte den Ausschuss eben nicht aufgelöst, aber das Ganze hat eine sehr, aus meiner Sicht, eine sehr niedrige Priorität. Dankeschön. Danke, Herr Oberhuber. Herr Oberhuber, Ihren Antrag hätte ich gerne noch schriftlich. Bitte schön. Dankeschön. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, der Herr Koch, bitte schön. Ja, in dem Beitrag des geschätzten Kollegen Netzler fiel ja auch das Wort Kooperation. Deswegen möchte ich vielleicht jetzt auch an der Stelle aus Sicht der FDP noch was dazu sagen. Ich war selber Ausschussmitglied und als die SPD diese Initiative zu einem Bebauungsplanverfahren in dem betreffenden Areal auf den Weg gebracht hat, ist das tatsächlich wohlwollend. Von der Kooperation begleitet worden. Und deswegen erfolgte ja dann auch diese Ausschussgründung. Dann hat der Ausschuss einige Male getagt und wir haben nach meiner Erinnerung auch zwei Stunden, wenn nicht sogar drei Stunden fachlich begleitet auf dem Areal verbracht, sind da mit Fahrrädern durchgefahren und haben uns die städtebauliche Lage vor Ort ganz genau angeschaut. Und im Anschluss daran haben wir gemeinsam im Ausschuss reflektiert, wie wir denn nun die städtebauliche Situation dort sehen. Und das allgemeine Urteil war, dass wir dort keine spezifischen städtebaulichen Probleme oder Notlagen sehen, die jetzt an dieser Stelle ein Bebauungsplan erforderlich erscheinen lassen, um praktisch den Städtebau dort zu ordnen. So, und jetzt muss man vielleicht auch noch mal den dem einen oder anderen Zuschauer sagen, in einem Gemeindegebiet ist es nicht so, dass man mal einfach so einen Bebauungsplan aufstellt, sondern man braucht schon einen akuten, konkreten Anlass dafür. Ansonsten ist es unverhältnismäßig, das zu tun. Insbesondere, wenn man, wie wir das hier in Dieburg haben, über eine lange Liste an dringlichen Bauvorhaben verfügt. Das heißt also, nach allem, was ich weiß, ist der Bauverwaltung hier vor Ort alles andere als langweilig und sie muss ständig neue Prioritäten setzen. Und deswegen müssen wir natürlich in der Politik gut aufpassen, ob wir dann nicht am Ende die Energie dort einsetzen, bei einer Geschichte, die uns nicht wirklich notwendig erscheint. Ich bin etwas überrascht, dass wir jetzt mit doch erheblichem zeitlichen Nachlauf zu dieser letzten, aus meiner Sicht einvernehmlichen Sitzung des Ausschusses, nun noch einen solchen Einwand vorgetragen bekommen, dem ich leider, lieber Kollege Netzlauf-Scharf, widersprechen muss. Herr Exner. Ja, es macht gerade den Anschein, als würde man so Gräben, die lange Jahre zugeschüttet worden sind, immer wieder aufreisen und sagt jetzt die Kooperation oder es ist die CDU oder die FDP oder die Grünen, ich glaube, die Zeiten haben wir hinter uns, das zeigt schon allein, wie wir die Anträge nach vorne gebracht haben. Also deshalb bin ich auch ein bisschen überrascht und melde mich heute Abend auch nochmal dementsprechend und widerspreche dem nochmal eher nägisch, weil Herr Netzlauf, mich wundert es doch tatsächlich, weil Ihr Fraktionsvorsitzender, genauso wie noch zwei andere Personen sitzen ebenfalls im Präsidium, sind zugegen, haben wohl offensichtlich auch zugestimmt zu dieser Vorlage und haben das dann, sicherlich auch in Ihre Fraktion mit weitergetragen. So, ich gehe mal davon aus, dass das dann diskutiert wird bei Ihnen und wenn es dann einen Widerspruch gibt, dass Sie dann als Mehrheit bzw. als Fraktion das auch vortragen können. Heute Abend, sage ich mal jetzt, relativ kurzfristig sowas vorzubringen, ist eigentlich, kann man machen, aber ist natürlich ein bisschen ungeschickt, weil hätte man sich im Vorfeld darüber geeinigt, hätte man gesagt, wie sieht es denn aus, wir würden da gerne nochmal drüber reden, wären wir die Letzten gewesen und ich glaube, da spreche ich für uns alle, die gesagt hätten, wir machen das nicht, aber im Moment hat es so ein bisschen den Zungenschlag und das war gerade so in den letzten Sätzen so mit bewusst von Ihnen zitiert, so, wenn das die Zukunft ist, wie wir mit den Anträgen umgehen, dass das einfach abgebügelt wird, dem widerspreche ich energisch und wir haben es in den letzten Jahren genauso gehabt, dass wir kollegial miteinander umgehen und ich pflege für meinen Teil, dass wir das weiter so tun und ich glaube, alle anderen auch. Vielen Dank. Also vielleicht nur ganz kurz, dass ein Ausschussvorsitzender jetzt sagt, ich habe meinen Ausschuss mit niedriger Priorität behandelt. Das finde ich persönlich ein bisschen befremdlich. Ja, also da geht es gar nicht um Gräben und ob wir gut zusammenarbeiten oder nicht, aber wenn wir doch einen Antrag haben und haben ihn hier abgesegnet und er hat eine Mehrheit gehabt, dann meine ich, muss ein Ausschussvorsitzender den auch behandeln. Also, dass der Ausschussvorsitzende in dieser Form Politik macht, finde ich nicht gut. Gut, Herr Oberhuber meldet sich dazu um. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf die letzte Ausschusssitzung. Ich bin ja persönlich angesprochen worden, Herr Netzlaff, Sie waren bei dieser Sitzung nicht anwesend. Sie haben sich vertreten lassen durch eine Vertreterin, die nicht gut vorbereitet war, die letztlich gesagt hat, dass ihr verschiedene Informationen fehlen. Also der Beitrag Ihrer Vertreterin war eigentlich wertlos. Entschuldigung, aber das war mein Eindruck und insofern habe ich mich auch sehr gewundert von einem Antrag, der von der SPD gekommen ist, dass der dann in der Sitzung gar nicht entsprechend begründet und vorgetragen wird. Dankeschön. So, ich habe jetzt noch eine Wortmeldung von Herrn Thomas und dann würde ich die Diskussion gerne schließen, bevor sie jetzt in lauter persönliche Angriffe überleitet. Nein, um Gottes Willen, schönen guten Abend von meiner Seite. Ich möchte meinen Vorrednern, den Benni Koch und René Exner, beipflichten. Wir haben selbstverständlich den Antrag der SPD-Fraktion so behandelt, wie es es gehört. Er ist mit einer großen Befangenheit der Stadtverordnetenmitglieder sozusagen belegt. Wir haben dazu einen extra Ausschuss gegründet, um diesem Umstand aus dem Weg zu gehen. Und jetzt muss ich mir anhören, dass wir das Ganze nicht ernst genommen haben. Finde ich etwas wirklich befremdlich, weil wir haben die Sache ernst genommen. Wir haben extra einen Ausschuss gegründet wegen der Befangenheit der Stadtverordnetenversammlungen und dass wir keine Mehrheit hinbekommen könnten. Je nachdem, das war unsere Angst, haben wir den Ausschuss gegründet. Es hat sich jetzt wirklich in der Ausschussarbeit herausgestellt, dass es nicht sehr sinnig ist, einen Bebauungsplan aufzustellen. Das wurde sachlich diskutiert und aus dem Grund hat das Präsidium entschieden, diesen Ausschuss aufzulösen. Und derartige Attacken kann ich sozusagen nicht so im Raum stehen lassen, weil es entspricht einfach nicht der Wahrheit. Dankeschön. Gut. Wenn es jetzt nicht noch dringende Wortmeldungen gibt, kommen wir jetzt zur Abstimmung. Also, zunächst lasse ich den Originalantrag abstimmen. Der lautet, das Vorhaben Aufstehungsbebauungsplans 104 wird nicht weiterverfolgt. Der entsprechende Ausschuss wird aufgelöst. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind viele Gegenstimmen. Eins, zwei. Enthaltungen zwei. Damit ist der Antrag so angenommen. Dann haben wir noch den Antrag von Herrn Oberhofer vorliegen. Der lautet, die Veränderungssperre aufzuheben, die wir für dieses Gebiet beschlossen haben. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das muss ich jetzt zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Gegenstimmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Dann acht dagegen. Damit ist auch dieser Antrag angenommen. So. Dann kommen wir, meine Damen und Herren, zum neuen Tagesordnungspunkt sieben. Ah ja, genau. Der Herr Koch hat es ja schon gesagt. Es sind doch etliche Stadtverordnete im Widerstreit der Interessen. Auch unser Herr Bürgermeister hat nicht aus Desinteresse den Saal verlassen, sondern weil ihn das auch betrifft. Und die holen wir natürlich jetzt wieder dazu. Gut, jetzt rufe ich auf den Tagesordnungspunkt sieben. Und danke der Frau Lindemeyer, dass sie mich darauf aufmerksam gemacht hat. Der Tagesordnungspunkt sieben. Entwässerungssatzung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung. Es geht um die Gebühren für die Fäkal- und Schlammbeseitigung. Herr Bürgermeister hat den Inhalt des Antrags schon vorgetragen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich fragen, wer dieser neuen Gebührenfestsetzung, so wie hier beantragt, zustimmt. Das ist anscheinend einstimmig. Gab es Gegenstimmen? Enthaltungen? Nein, einstimmig. Und dann kommen wir zum neuen Tagesordnungspunkt 8, Dringlichkeitsantrag Kita-Wolkenschloss. Dazu gibt es mit Sicherheit noch mal Wortmeldungen. Und gut, ich sehe die erste hier von der Frau Memminger. Bitte schön. Herr Koch hatte sich noch nicht gemeldet. Der hat ja vorhin schon was vorgetragen. Wir hätten uns vorgestellt, dass wir den Antrag auch gemeinsam durchführen würden. Auf einem kurzen Gespräch vor der Sitzung haben wir festgestellt, dass es zeitlich nicht möglich war. Und das wollte ich gerade hier noch mal erwähnt haben. Wir unterstützen diesen Antrag vollumfänglich. Ich möchte den Vertretern, also beiden, die bei den Verhandlungen anwesend sind, noch was mit auf den Weg geben. Bei den Verhandlungen denken Sie bitte in erster Linie an die Kinder, um die es hier geht. Denn die Kinder, wenn diese Gruppen auseinandergerissen werden oder sie in andere Einrichtungen kommen, hat das für sie einen Vertrauensverlust, der auch im späteren Leben auftreten kann. Die sind in einer Gemeinschaft, wo man vielleicht noch verstehen kann, wenn der Betreuer wechselt. Das kommt immer mal vor. Aber die Gruppen auseinanderzureißen, weil man sich hier nicht einigen konnte, wäre für die Kinder ganz, ganz schlecht. Und deswegen unterstützen wir den Antrag der Kooperation vollumfänglich und bitten wirklich, alles dafür zu tun, dass dieser Vertrag vielleicht auch mit Kompromissen auf beiden Seiten geschlossen werden kann. Vielen Dank. Jetzt meldet sich der Herr Koch. Bitte schön, Herr Koch. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine gute Kita ist, wie wir alle wissen, ein sensibles Konstrukt. Und wir haben ja hier eine Situation vorliegend, bei der die Elternschaft kundtut, dass sie hochgradig zufrieden war mit den Betreuungsleistungen, die der Kita dort vorgehalten worden sind. Und jetzt haben wir ja vor kurzem vom Bürgermeister mitgeteilt bekommen, dass sein Verhandlungsstrang mit dem Betreiber der Terminal for Kids GmbH leider gescheitert ist, leider abgebrochen werden musste. Und wir denken, es gibt viele sehr gute Gründe dafür, da noch einmal einen Anlauf zu nehmen, um vielleicht doch am Ende zu einer Einigung zu kommen und einen Weiterbetrieb durch den aktuellen Betreiber über den 31. Juli 2024 hinaus zu ermöglichen. Sollte das aber nicht möglich sein, dann ist natürlich sehr wichtig, dass die Stadt es schafft, frühzeitig eine akkurate Ersatzlösung herbeizuführen. Und wie wir ja den Aussagen des Bürgermeisters entnommen haben, gibt es da auch bereits Überlegungen. Das Allerwichtigste ist sicher, dass die Interessenlagen der Eltern und der Kinder hier berücksichtigt werden und eben entsprechend alles getan wird, um für Kontinuität zu sorgen. Wir wissen aus anderen Städten, ich nenne mal Darmstadt als Beispiel, dass auch gute Erzieherinnen und Erzieher ein hohes Gut sind und Verknappungen auftreten. Das heißt also immer dann, wenn eine Kita gut funktioniert, dann sollten Politik und Verwaltung alles tun, um diese Konfiguration auch beizubehalten. Vielen Dank. Herr Wohlraab. Sehr geehrter Herr Stadtwurz und Frau Stehe, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Unsicherheit ist, glaube ich, einer der größten Faktoren, der die Eltern, aber auch die Betreuer, als auch alle anderen Beteiligten hier umtreibt. Von daher ist der Antrag gut und richtig. Der gemeinsame Austausch, die gemeinsame Kommunikation mit der Zielsetzung einer Lösung ist von enormer Wichtigkeit. Allein als eigener Familienpfade, wenn ich mich in die Situation versetzen würde, kann ich die Bedenken verstehen. Und wenn wir ehrlich sind, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, das ist kein Zeitfenster, über das wir reden. Hier muss frühzeitig klare Fakten geschaffen werden, eine klare Situation hergestellt werden. Und sehr gut, dass die Antragstellenden auch zu Recht die Alternative mit ins Auge gefasst haben. Natürlich ist der Stadt Dieburg daran gelegen, dass hier eine gute Kinderbetreuung von Staaten geht, aber nicht um jeden Preis. Ich mag an dieser Stelle an unsere eigenen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung erinnern, in der wir ausgeführt haben, dass wir eine Vergleichbarkeit der in Dieburg anwesenden Kindertagesstättenbetreiber haben wollen. Das ist immer noch gültige Beschlusslage. Ich bin vollkommen bei dem Antragsteller im Rahmen der Möglichkeiten, die der Verwaltung hier zur Verfügung stehen, zeitnah schnellstmöglich eine Lösung zu finden. Und wenn keine verbindliche Lösung gefunden werden kann, den nächsten Schritt anzustreben, damit nahtlose Übergänge stattfinden können, damit hier eine Sicherheit, eine Planungssicherheit für alle Beteiligten ermöglicht wird. Wir werden zustimmen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ach, Herr Ecksner, bitteschön. Ja, die Ängste und Bedenken der Elternschaft sind absolut gerechtfertigt und sind nachvollziehbar. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie man sich dabei fühlt. Und da gilt es natürlich auch im Sinne der Kinder zu entscheiden, beziehungsweise ganz explizit darauf Wert zu legen, dass da die Kinder ihr Wohl auch mit berücksichtigt wird. Es gab ja wohl offensichtlich heutige Gespräche. Mit dem Kindergartenträger im Endeffekt, über die wir jetzt noch nicht informiert sind. Vielleicht kann der Herr Bürgermeister da den aktuellen Status noch erläutern. Allerdings, über was ich ein bisschen gestolpert bin, mich erreichen ja auch viele Anschriften beziehungsweise Informationen von der Elternschaft. Das ist wohl so die kuriose Aussage. Da ist, dass gewisse Punkte in den Vertragsmodalitäten einfach nicht geregelt worden sind und die am Ende tatsächlich Geld kosten. Und dass das eigentlich so ein bisschen der Drehenangelpunkt ist, warum im Moment das Ganze ein bisschen problematisch sich darstellt. Das Ganze verwundert mich ein bisschen, weil wir ja den Auftrag als Parlament erteilt haben, einheitliche Verträge zu erstellen. Daher ist es jetzt ein bisschen verwunderlich, warum sowas entsteht. Und ich sage jetzt mal, so banal das klingt, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass das in Zukunft nicht wieder geschieht. Und dann muss man die Frage heute Abend auch stellen, warum ist sowas überhaupt möglich, dass solche Dinge, so ein Missstand entsteht? Was wird in der Zukunft getan, dass wir, wenn wir Verträge abschließen, mit wem auch immer, dass es so eine Situation, sehr unschöne Situation für die Eltern und für die Kinder nicht mehr auf uns zurollt? Und am Ende muss man auch sagen, Herr Bürgermeister, Sie haben uns ja bereits in einer der letzten Sitzungen verdeutlicht, dass Sie gesagt haben, es steht sozusagen ein Alternativbeträger, nahtlos würde er den Übergang garantieren. Vielleicht ist heute Abend die Möglichkeit, dass Sie uns über den aktuellen Sachstand auch im Parlament informieren, weil unsere Informationsquelle ist jetzt nur begrenzt. Sie geben ab und zu auch mal eine Info raus, das ist richtig. Aber ich sage mal, viel Info bekommen wir im Moment von der Elternschaft. Vielen Dank auch an der Stelle von unserer Seite her, weil davon profitieren wir und Sie am Ende. Aber vielleicht heute Abend, wenn wir die Chance haben, einfach mal einen aktuellen Sachstand, Ihre Einschätzung, damit die Eltern heute ein bisschen beruhigter nach Hause gehen und wir vor allem auch mal den aktuellen Status haben, das wäre schön. Vielen Dank. Herr Bürgermeister. Zunächst einmal ist richtig zu stellen, dass es am heutigen Tag kein Gespräch mit dem Träger gab, sondern dass ich ein Gespräch hatte mit zwei Elternvertreterinnen aus der Kindertagesstätte und wir uns wieder Zeit füreinander genommen haben, unsere Argumente auszutauschen. Da ist ein wechselseitiges Verständnis vorhanden. Das heißt aber nicht, dass man die eigene Position aufgibt, denn die Gewichtung ist natürlich, was Verwaltung und was Eltern anbetrifft, durchaus unterschiedlich. Wir haben, um das mal hier deutlich zu machen, über drei Punkte zu sprechen, was das finanzielle Verhältnis zwischen der Stadt Dieburg und dem Träger anbetrifft. Es geht zum einen darum, dass in dem Betriebsvertrag in aller Deutlichkeit, da widerspreche ich diesen Ausführungen, da seien Dinge unklar, in aller Deutlichkeit geregelt haben, der Träger zahlt nach einem eigenen Tarifvertrag. Wenn ein solcher Tarifvertrag nicht vorliegt, dann ist nach dem TV-ÜD zu zahlen. Das geschieht aber nicht. Der Träger kam auf uns zu, vor einigen Wochen, mit dem Wunsch und der Forderung, er müsse seinen Mitarbeiterinnen, die im öffentlichen Dienst zuletzt ausgehandenen Tarifabschlüsse umsetzen, also eine Inflationsausgleichspauschale in Höhe von 3.000 Euro pro Mitarbeiterin zahlen und darüber hinaus die Tariferhöhung nach dem TV-ÜD von 11%. Gefragt nach der Grundlage, weil es der TV-ÜD so vorgibt. Aber alle anderen Dinge, die mit den Mitarbeiterinnen in den Arbeitsverträgen geregelt sind, haben mit dem TV-ÜD nichts zu tun. Also das ist so die erste etwas aufgetretene Unklarheit. Das zweite Thema betrifft das Qualitätsangebot, das der Träger sehr zur Freude der Kinder und der Eltern und auch sehr zur Freude der Stadt Dieburg unterbreitet, wie das Betreiben einer Tierfarm, wie bilinguale Angebote und vieles mehr. Dort war aber von Beginn an den Eltern gegenüber kommuniziert, das sind Angebote, die von der öffentlichen Hand nicht finanziert werden. Deswegen bat man die Eltern um eine Spende, um diese Angebote aufrechtzuerhalten. Da ist allerdings an der Stelle relativ wenig passiert. Wir sprechen da über einen jährlichen Betrag im Bereich von etwa 40.000 Euro. Aber ich möchte diesen Komplex mal etwas in die Klammer fassen, denn da ist eigentlich eine Klärung eingetreten, in der Form, dass der Träger sagt, für diese Kosten kommt er auf, ohne die Stadt Dieburg dafür in Anspruch zu nehmen. Und zuletzt geht es um einen großen Brocken, das ist die Verwaltungskostenpauschale, die mit allen Kita-Trägern sehr deutlich im Betriebsvertrag geregelt ist und so auch mit TFK, die sich nach dem jetzt gültigen Vertrag auf 5% der tatsächlichen Personalkosten berechnet. Und die Forderung des Betreibers ist zukünftig 8% der Gesamtkosten als Pauschale zu erhalten. Das führt natürlich zu einer Diskrepanz, auch gegenüber den anderen Trägern, denn dort sind 5% die absolute Spitze. Mit manchen Trägern haben wir auch nur 3,5% vereinbart. Um es mal mit Zahlen zu hinterlegen, wir haben in den letzten Jahren, 2022, 2023 und auch nach den Bewerbungsunterlagen von TFK einen Zuschussbedarf pro Platz in der Kita-Wolkenschloss gehabt im Bereich zwischen 8.000 und 8.400 Euro. Für das kommende Wirtschaftsjahr rechnet der Träger mit einem Zuschussbedarf von 8.900 Euro. Also das sind 3.700 Euro mehr als in diesem Jahr. Und dass der Magistrat an einer solchen Stelle sagen muss, das können wir und wollen wir nicht finanzieren, halte ich für nachvollziehbar. Der Wunsch nach Verhandlung ist nachvollziehbar. Allerdings sind die Positionen da relativ hart. Der Träger sagt, entweder ihr zahlt mir die Tarifverhöhung nach TVÖD für meine Leute und ihr zahlt mir die Verwaltungskostenpauschale von 8% aus den Gesamtkosten oder wir kündigen. Und der Magistrat hat sich dazu entschieden, dass man dem Träger bei den Personalkosten deutlich entgegenkommt, auch wenn da kein Tarifvertrag ist. Aber der Magistrat kann sich an dieser Stelle auch nicht erpressbar machen, wenn ein Träger sagt, dann gehe ich. Letztlich würde das dazu führen, dass wir in der Zukunft immer ein Stück weit diesen Forderungen von Trägern ausgesetzt sind. Nicht nur diesen Träger, sondern das macht dann auch Schule. Und so sehr wir das, was die TFK im Wolkenschloss leistet, zu schätzen wissen, das meine ich vollkommen uneingeschränkt, innerhalb kurzer Zeit eine solche Kita in Betrieb zu nehmen mit so einer hohen Zufriedenheit und so einer guten Zuverlässigkeit, ist eine ganz besondere Leistung. Aber auch ganz besondere Leistungen haben ein begrenztes Budget. Und dieses begrenzte Budget drückt uns momentan und auch in Zukunft sehr deutlich, denn die Kosten für unsere Kindertagesstätten sind die größte Ausgabenposition unserer Stadt. Und wie es um die wirtschaftliche Lage bestellt ist, das haben wir in diesem Jahr erfahren, das werden wir im nächsten Jahr noch drastischer erfahren. Und an irgendeiner Stelle müssen wir auch zum Leidwesen, auch wenn es weh tut, es tut den Kindern weh, es tut den Eltern weh, den Erziehern, aber es tut auch uns weh. Weil wir das aushalten müssen, was jetzt passiert, müssen wir an einem gewissen Punkt die Reißleine ziehen. Ich bin der Meinung, dass der Magistrat nicht voreilig die Reißleine gezogen hat, sondern seine Verhandlungsbereitschaft nicht nur signalisiert, sondern auch unter Beweis gestellt hat. Aber es gehören halt zwei dazu. Nämlich auch ein Partner, der sagt, ich bin auch bereit, mir wehtun zu lassen und schraube meine Forderungen zurück. Das nehme ich bislang nicht wahr. Sollte sich das ändern, dann sind wir, glaube ich, alle sehr zufrieden, wenn es mit TFK weitergeht. Sollte es nicht gelingen, dann haben wir zumindest die Aussicht darauf, dass ein Träger die Kita zum neuen Kindergartenjahr weiterführen kann, mit allen Ungewissheiten, die ein solcher Wechsel mit sich bringt. Das wäre falsch, heute zu versprechen. Das klappt alles ganz geschmeidig und entspannt. Wir haben da keine Erfahrung mit. Die Stadt Dieburg hat bislang keinen wirklichen Trägerwechsel vollzogen. Das ist äußerst herausfordernd. Vor allen Dingen für diejenigen, denen die Kinder ganz besonders am Herzen liegen. Aber es wird möglicherweise an dem Punkt eine solche Entscheidung brauchen, auch um die Stadt Dieburg ein Stück weit handlungsfähig zu halten. So, damit will ich es jetzt auch sein Bewenden haben lassen. Danke, Herr Bürgermeister. Herr Thomas. Vielen Dank, Herr Stadtverordnungsvorsteher. Ich möchte mich nicht wiederholen oder meine Vorrednerin wiederholen. Ich pflichte dem bei, was meine Vorredner und Vorrednerinnen gesagt haben, dass das eine äußerst missliche Situation für die Kinder ist, die da entstanden ist. Ich bedanke mich für die Beantwortung der Fragen, Herr Bürgermeister, die die Kooperation gestellt hat diesbezüglich. Mir sind da ein paar Widersprüche aufgefallen, die ich bitte aufzuklären. Sie sagen ja, für die Stadt Dieburg steht im Vordergrund zu einheitlichen Vertragsmodalitäten bei unseren verschiedenen Trägern, in den übrigen Dieburger Kitas, zu kommen, was ein ausdrücklicher Wunsch der Stadtverordnetenversammlung war. In den Antworten schreiben Sie, im Rahmen der stattgefundenen Verhandlungen hatte die Stadt Dieburg, TFK, das Angebot unterbreitet, die vorgesehenen Lohnanpassungen zu einem Anteil von 70% zu finanzieren. Jetzt frage ich mich, wenn das auch ein ausdrücklicher Wunsch war der Stadtverordneten, dass alles gleich zu halten ist, warum bieten Sie überhaupt 70% an? Das widerspricht sich für mich. Dann habe ich eine zweite Frage. Und zwar ging die daher, warum wir nicht eingebunden worden sind. Und darauf haben Sie geantwortet. Also bei der letzten Änderung eines Trägers, der mehr Geld gefordert hat, wurden wir mit eingebunden. Die Forderung über höheren Kosten wurde im Kreis von Verwaltung, Stadtverordneten und Träger diskutiert. Da schreiben Sie, dass die letzte Änderung einer neuen Organisationsform im Betrieb der katholischen Trägerschaft war. Und das war eine Änderung des Betriebsvertrages. In den ergänzenden Anmerkungen dazu, zu Ihren Antworten, schreiben Sie, des Weiteren verlangt TFK auch die Anpassung des Betriebsvertrages im Bereich der Verwaltungskosten. Derzeit ist ein Verwaltungskostenverschall von 5% der tatsächlichen Personalkosten vereinbart. TFK wünscht eine Einhebung der Verschallung auf 8%. Also wenn das nicht sozusagen dem gleichkommt, was damals die katholische Kirche erwartet hat, wo wir mit eingebunden wurden, dann verstehe ich das nicht, weil die wollten auch nur eine Änderung des Betriebsvertrages haben mit verbundenen höheren Kosten. Erklärt mir auch nicht, ist für mich auch ein Widerspruch, der bitte zu erklären ist, dass wir nicht eingebunden worden sind. Des Weiteren haben Sie eben gesagt, dass der Träger keinen Tarifvertrag unterliegt. Wenn man sich die Stellenanzeigen anschaut, steht da ganz klar drin, einen unbefristeten Arbeitsvertrag sowie eine leistungsrechte Bezahlung in Anlehnung an den TVÖD. Ich weiß nicht, was sonst noch in den Arbeitsverträgen drinsteht, aber die Bezahlung ist sozusagen an Anlehnung genau dieses Vertrages, den wir festgeschrieben haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn das in einer Stellenanzeige steht, dass das keine Rolle spielt, so wie es von Ihnen dargestellt wurde. Zumal der Träger ja zu 50 Prozent der Fraport gehört und die Fraport zu großen Teilen in Land Hessen. Daher bitte ich Sie, diese für mich Widersprüche zu erläutern. Hätten Sie mir die Chance gegeben, zwischen den einen oder anderen Satz zu sagen, hätte ich auch noch alle Ihre Fragen. präsent, aber wir arbeiten uns da mal vorsichtig durch. Sie haben nach dem vermeintlichen Widerspruch gefragt, zwischen dem, was der Vertragsinhalt sagt und dem, was ich Ihnen erklärt habe, dass der Magistrat bereit war, 70 Prozent der Lohnsteigerung mitzugehen. Das ist kein Widerspruch, denn letztlich haben wir versucht, das nachzuvollziehen, was in anderen Kindertagesstätten passiert. Auch da gibt es natürlich Lohnanpassungen. Die beiden Kirchen haben eigene Tarifverträge. Die NRD und die Johanniter lehnen sich an diese auch an. Wir haben diese Tarifentwicklung aus diesen Verträgen versucht, auf das Wolkenschloss anzuwenden und diesbezüglich ein Angebot unterbreitet. Die Tatsache, dass es zu der Forderung kam, eine Verwaltungskostenpauschale anzupassen, die ist erst bei uns eingegangen, nachdem schon längst feststand, dass man auseinandergehen wird, weil man sich in den beiden anderen Punkten nicht einig geworden war. Ursprünglich lautet die Forderung vollständige Übernahme des Tarifabschlusses des TVED und Übernahme der Qualitätskosten, 40.000 Euro im Jahr, von denen klar war, das ist keine Baustelle der Stadt Dieburg und die auch im Betriebsvertrag, der klar ist, diesbezüglich nicht erwähnt war. Und da hat der Magistrat entschieden, diese zwei Posten übernehmen wir nicht, denn das gibt der Vertrag nicht her. Also wir haben versucht, das, was man uns abrechnet, über den Vertrag zu legen und festgestellt, das passt nicht überein. Dass nun on top auch noch eine Anpassung verlangt wird in Hinsicht der Verwaltungskosten, das gestehe ich Ihnen zu, das wäre tatsächlich ein Thema für die Stadtverordnetenversammlung, aber der Magistrat hatte schon bei den anderen beiden Punkten die Ansicht vertreten, dass da ein weiteres Zusammenarbeiten nicht möglich ist. So, und den letzten Widerspruch gestehe ich, den habe ich jetzt über die Zeit verglichen. Das ist eine Unterstellung, die weder Sie belegen können, noch jemand anderes. Wir kennen nur die Lohnstruktur in der Einrichtung und die hat mit dem TVÖD nichts zu tun. Also ich habe heute angerufen und habe mich erkundigt, weil ich so getan habe, so bin ich mir da beworben. Die lehnen sich sehr wohl an den TVÖD an. Und ich meine, ich kann es jetzt nicht beweisen, ich kann nur sagen, ich habe die Stellenanzeige gelesen, und habe nachgefragt. Also deshalb ist das für mich ein großer Widerspruch. Ja, und ja, klar können wir das heute Abend nicht schwarz auf weiß belegen, aber ich finde es schon sehr verwunderlich, dass wenn Sie in einem Elternbrief schreiben, dass es ausdrücklicher Wunsch der Stadtverordneten war und sozusagen wir einfach nur quasi in dem Mustervertrag festgeschrieben haben, dass wir uns an diesen Vertrag der öffentliche Auftraggeber anlehnen. Sonst nichts, sonst steht ja nichts drin. Es ist nicht die Rede davon, dass wir uns anlehnen. Der Betriebsvertrag ist eindeutig, der Sachverträge sind anzuwenden, mit anzulehnen oder sonst irgendwas. Es ist an Klarheit, in dem Punkt nicht zu überbieten. Und ob das da irgendwelche Zusagen, Aussagen am Telefon gab, weiß ich nicht. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als einen Kronzeugen vorzuladen und den Geschäftsführer danach zu fragen, ob er denn tatsächlich den TVÖD anwendet. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir mit dem guten Menschen die Stadtverordneten ins Gespräch kommen würden. Frau Schnurr. Ach, Augenblick, das Mikrofon kommt. Ich habe nur eine kurze Nachfrage dazu. Wenn der TVÖD nicht angewendet wird, sondern nur in Anlehnung, wie konnten die denn die ganze Zeit abrechnen? Also nun brauchen wir nicht so zu tun, als ob die Kita schon seit Jahrzehnten in Betrieb ist. Also bislang gab es ein Jahr, über das eine Abrechnung vollständig erteilt werden konnte. Das war das Jahr 2022. Und genau mit diesem Jahr haben wir uns jetzt auseinandergesetzt und haben eben diese Ungereimtheiten festgestellt. Es ist klar, dass so ein Verhältnis am Anfang, das muss sich zurecht ruckeln. Das ist ganz normal. Für eine TFK ist es die erste Zusammenarbeit mit der Stadt Dieburg umgekehrt ganz genauso. Da muss man sich ein wenig aneinander gewöhnen. Aber das ist jetzt schon bei der ersten ernstzunehmenden Abrechnung geschehen, dass wir eben festgestellt haben, die Diskrepanzen sind vorhanden. Ich finde das gut, dass das aufgefallen ist. Genau das ist nämlich die Aufgabe unserer Mitarbeiterin, die das Kita-Controlling wahrnehmen soll. Das wäre uns früher nicht aufgefallen. Insofern ist das die TFK jetzt mit bei den ersten, die das bemerken. Da ist auch die Freude darüber, Belege herauszusuchen, nicht allzu groß. Das ist natürlich ein großer Aufwand, das ist klar. Aber ich finde, das gehört zu einer vernünftigen Rechnungsprüfung dazu, dass man diesen Dingen auf den Grund geht. Gut, ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir haben einen Antrag vorliegen, über den lasse ich jetzt abstimmen. Ich lese ihn noch mal vor, weil ihn vielleicht nicht jeder präsent hat. Der Magistrat wird gebeten, erstens umgehend die Verhandlungen mit TFK wieder aufzunehmen, mit dem Versuch, doch noch eine Einigung über eine Vertragsverlängerung zu erzielen. Zweitens im Falle eines erneuten Scheiterns der Verhandlungen mit TFK in Verhandlungen mit einem geeigneten alternativen Betreiber einzutreten und diese zu Ende zu führen, sowie drittens der Stadtverordnetenversammlung zu ihrer Sitzung am 25.01.2024, spätestens am 18.01.2024, die Beschlussempfehlung über eine unterschriftsreife Vertragsverlängerung mit TFK oder einen unterschriftsreifen neuen Betriebsvertrag mit einem alternativen Betreiber vorzulegen. Wer denn zustimmt, bitte ich für das Handzeichen. Das scheint mir einstimmig zu sein. Gegenstimmen. Enthaltungen. Damit angenommen. Eine Enthaltung. Entschuldigung. Wer hat sich enthalten? Entschuldigung, dass ich es nicht gesehen habe. Danke, Frau Lindenmeier. Gut. Bei einer Enthaltung sowohl angenommen. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der Tagesordnung der 26. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung in dieser Legislaturperiode angelangt und gleichzeitig der letzten Stadtverordnetenversammlung in diesem Jahr. Es war wieder ein Jahr, in dem die Stadtverordneten viel zu tun hatten, viel zu lesen, viel zu entscheiden. Ich danke Ihnen allen, dass Sie dieses Ehrenamt für die Stadt Dieburg wahrnehmen. So ein paar Punkte aus dem Jahr vielleicht noch mal in Erinnerung zu rufen. Im Mai konnten wir endlich den Haushalt beschließen. Genehmigt wurde er dann im Oktober, um gleich von einer Haushaltssperre gefolgt zu werden. Also viele der Investitionen, die wir eigentlich hätten tun wollen in diesem Jahr, kamen nicht zum Zuge. Und die Gründe kennen Sie alle. Der Gewerbesteuereinbruch hat uns dann doch kalt erwischt. Und wir werden, wie Herr Bürgermeister auch schon sagte, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch mindestens mal im nächsten ordentlich sparen müssen. Ja, unser Schwimmbad, noch haben wir Hoffnung, dass es aufmacht. Das war ja auch so ein Thema in diesem Jahr, mit dem wir uns immer wieder befasst haben. Wir haben, um mal ein paar positive Punkte zu nennen, auch das Programm Zukunft Innenstadt beschlossen. Und ich denke mal, die Umsetzung ist in den letzten Zügen, hoffe ich mal. Ich schaue mal den Bürgermeister an, der nickt. Also, das werden Sie in der Stadt bemerken können. Und wir haben beispielsweise den Franz Zoth geehrt, indem wir die Franz Zoth-Hütte eingeweiht haben, im Sommer auf der Morit oben. Ja, wie gesagt, ich danke Ihnen allen. Ich danke allen, die gekommen sind, um uns zuzuschauen, live zuzuschauen, dass Sie da waren. und darf wiederum mit einem Gruß aus der Justizvollzugsanstalt enden. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, Ihnen allen alles Gute für das neue Jahr. Kommen Sie gesund rein. Ich wünsche Ihnen erholsame Tage und jetzt erst mal noch einen schönen Abend. Vielen Dank.